Ah, sowas. Hast du das Titel? Ja, sowas. Wir sind nicht gespannt, wir sind ultra abgegründet. Das ist gross, ja. Es ist schön, auf der Bühne zu sein und unsere Emotionen moderner Leute zu teilen. Also, das ist keine Norm, was du erwartet hast. Der ist auch schon ein Hauptball. Hey, wir sind hier beim entscheidenden Siegspiel. Wir gewinnen. Wir gewinnen, natürlich gewinnen wir. Ist zwar erst zwei Zweiler geworden. Das ist vielleicht ein Gittereschen. Das ist der Junge. Ja, ja. München. Wir testen schon die Pyro-Show für uns. In München im Backstage. Draußen ist schon eine Menge los. Die Leute sind ganz heiß auf das Subwares-Konzert gegenüber. Ich glaube, das ist ausverkauft mit 1500 Leuten. Aber wir haben ja noch Hoffnung, dass die Leute, die keine Tickets mehr kriegen, einfach hier in die Tür spaziert kommen und dann unter uns landen. Morgen sind wir in München. Wir haben heute bei Pfeife geschlafen. Das weiß ich nicht, ich mag noch. Ich bin so jung. Oh, hey. Hey, touché, cool. Touché, der Spiegel ist. In München ist ein Polycanid-Asia-Schnack und Poco hat sich schon genommen 50 Teller zu essen, für 10 Euro. 50 Teller heißt 50 Portionen. Ich glaube Poco ist ganz gut dabei. Die Poco ist gerade an der All-You-Can-Eat-Fahrer. Wie soll das? Oh, ja. Pferd! 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 Ich meine, Pause! Wann willst du denn den ersten Pause machen? Nee, wir halten! Wir haben ihr jetzt auch eine CD geschenkt und die ist vom Herzen glücklich, dass wir ein CD bekommen haben. Das ist mein Lieblings-CD. Okay. Das Standart-Programm für eine Räutung, wo du ein Bauna schwämmen. Oh, das wird erzeugen, ja. Also Musik, das ich immer wollte. Ich meine, ich möchte ihm, du nicht für eine ist, gell. Es gibt noch drei. Ja, das ist ein Kolumnist. Ja, gut. Okay.